Herzlich willkommen, verehrte Zuschauer, zu Wirtschaft Aktuell. Ja, die Wirtschaft brummt, die Zahlen sind hervorragend. Aber Experten sagen, unsere Unternehmen und ihre Belegschaften stehen vor großen Herausforderungen. Aber was sind die Themen, denen wir uns gegenüber sehen und welche Antworten kann es geben? Das wollen wir heute in unserer Themensendung Agenda 2017, was für die Wirtschaft wichtig ist, im Gespräch mit Experten und Akteuren behandeln. Und den Anfang, den macht Dr. Peter Bartels. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung bei PwC. Er ist zudem Leiter des Fachbereichs Familienunternehmen und Mittelstand. Herzlich willkommen, Herr Dr. Bartels. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Dr. Bartels, was steht bei Ihnen auf der Agenda 2017? Es tut sich ja viel. Die Wahlen stehen an, politische Unruhen, alles, was wir sehen. Und vor diesem Hintergrund würde ich es eigentlich kurz und knapp sagen, mehr Mut zum Machen, Familienunternehmer. Das ist ein gutes Motto. Aber was sollen Unternehmer machen? Was sind die Herausforderungen? Worauf beziehen Sie das? Es gibt eine Top-Herausforderung im unternehmerischen Bereich aktuell und das ist die digitale Transformation. Aktuelle Studien zeigen, 20 Prozent der deutschen Familienunternehmer und Mittelständler sind richtig gut aufgestellt. Im internationalen Vergleich schon sehr weit vorne. 50 Prozent wissen, sie müssen etwas tun, sie wollen etwas tun, wissen aber nicht genau, wie sollen sie überhaupt anfangen. Und 30 Prozent, das ist das eigentliche Problem, sagen, wieso, Geschäfte laufen gut, was betrifft mich die Digitalisierung. Wir glauben nicht, dass unser Geschäftsmodell irgendwo gefährdet ist. Aber Herr Dr. Bartels, die 30 Prozent haben gewisserweise recht, wie ich eingangs schon sagte, die Geschäfte laufen ja wirklich gut. Ist denn das Thema digitale Transformation wirklich so eine große Herausforderung oder ist das nicht auch ein Hype-Thema? Ja, aber das, was Sie zitieren, das würde ich jetzt so etwas kontern und sagen, ja, das ist vielleicht aber auch nur der Fluch der guten Tat der Vorjahre. Die Zahlen sind so gut, dass vielleicht gar nicht der Veränderungsdruck da ist. Aber man sieht, auf drei Bereichen tut sich was und die Unternehmen müssen reagieren. Und drei Bereiche der Digitalisierung sind Prozesse effizienter machen, das zweite neue digitale Produkte oder Services entwickeln oder als drittes sogar ein ganz neues Geschäftsmodell. Und Beispiele können sein für effizientere Prozesse schon ganz einfach. Viele haben noch nicht mal die Basis-IT vernünftig aufgestellt. Auch das ist Digitalisierung. Oder denken Sie komplexer an Industrie 4.0, die Vernetzung von Maschinen überselben Ohren. Der zweite Bereich, Produkte oder Services, nehmen Sie einen Küchengerätehersteller. Der kann es sich einfach machen und sagen, ich bin nur dafür da, irgendwelches Gemüse zu zerhackseln. Oder aber Sie gehen digitalisiert daran, bieten Rezepte an auf dem Display oder sogar Bestellmöglichkeiten beim Supermarkt. Und beim Thema Geschäftsmodell wäre ja auch die Frage, wo liegen eigentlich Bedrohungen oder in welchen Branchen würden Sie Bedrohungen sehen, vielleicht auch der Kernbranche der deutschen Wirtschaft, wo Unternehmer aufpassen müssten. Da könnte mit ganz neuen Geschäftsmodellen etwas sein, was mein Bestandsgeschäft bedrohen könnte. Die größte Bedrohung liegt immer da, wo Sie in der Vergangenheit die größten Erfolge hatten. Das ist in Deutschland der Maschinenbau, wo wir wirklich international führend sind. Und was kann dort passieren? Das größte Risiko ist, dass andere durch sogenannte digitale Plattformen die besseren Services gegenüber den Kunden anbieten und der deutsche Maschinenbauer nur noch Zulieferer wird. Also jemand sagt, ich organisiere für dich deinen kompletten Bestellvorgang. Nimm Sie einen Amazon und sagt, es kommen nicht nur die Maschinen dazu, es kommt der ganze sonstige Supply-Bereich dazu. Der Zulieferer liefert über diese Plattformen zu den Unternehmen. Und Problem gegenüber früher ist, Sie müssen dann eine Lizenz-Fee an die Plattform bezahlen, die das Ganze organisiert, womit die Marge nach unten geht. Die Macht bei den Plattformen quasi liegt, beim Kundenkontakt. Die liegt immer da, derjenige, der den Kundenkontakt hat, ganz genau. Ja, bevor ich Ihnen gerne die Frage stellen würde, was können Unternehmer tun und Unternehmen tun, diese Prozesse einzuleiten? Die Frage, was sind so aus Ihrer praktischen Erfahrungen übliche Hinderungsgründe? Weil das, was Sie beschrieben haben, erfordert ja auch ein neues Denken in den Unternehmen. Also was begegnet Ihnen bei den Unternehmen, wo es vielleicht intern auch hakt? Hinderungsgründe sind auf dem Weg, wo wir eigentlich hinmüssten. Was meine ich damit? Wir müssten hin zu besseren Kooperationen. Und Kooperationen heißt auf der Unternehmensebene und ganz wichtig im Hinblick auf die jüngere Generation, sogenannte Next-Gen. Und hier sind manchmal Hindernisse im Beziehungsgeflecht und wichtig im Know-how-Schutz. Beispiel Kooperationen mit Unternehmen. Die Leute sind noch entspannt, die Unternehmer, wenn sie sagen, ich kooperiere mit Forschungseinrichtungen. Sie können sich noch vorstellen, wenn sie die richtigen finden, mit Start-ups zu kooperieren. Aber der eigentliche Schritt ist auch schon verbreitet. Der eigentliche Schritt nach vorne ist, Clusterbildung und Zusammenarbeit, vielleicht sogar mit Wettbewerbern, sich zusammenschließen und sagen, der Wettbewerb liegt nicht in Deutschland, sondern vielleicht außerhalb von Deutschland. Und dann kommt das Thema, wie schütze ich mein Know-how, wie schütze ich meine Daten. Und eine Chance, die ich sehe, ist Einbinden der jüngeren Generation potenzieller Nachfolger, die viel näher an den digitalen Themen dran sind. Wenn sie auf der familiären Ebene vielleicht so etwas Konflikte haben, ist das eher ein Hinderungsgrund. Wenn das gut läuft, ist das eine Riesenchance, die nächste Generation über ein tolles Thema, wo sie sich bewähren kann, im Unternehmen einzubinden. Und abgesehen jetzt von dieser persönlichen Ebene, was ist der Weg, wie Unternehmer am besten eine solche Transformation angehen? Wie gehen Sie vor als PwC, wenn Sie Remandanten beraten? Die Unternehmen suchen wie beim Autofahren im Grunde ein Navigationssystem. Und hier haben Kollegen von mir das Managementbuch des Jahres 16 geschrieben. Das heißt Dequarks, der Weg zum digitalen Unternehmen. Also wie eine Autobahn, ein Wegweiser. Quarks sind in der Physik Elementarteilchen und mit Dequarks meinen die Kollegen, das sind elementare digitale Fähigkeiten, die sie brauchen. Und zwar auf vier Ebenen. Man braucht Menschen mit entsprechenden Kompetenzen. Man braucht die richtige Organisationsstruktur. Man braucht saubere Prozessabläufe und die richtige Technologie. Und Dequarks zeigt, wie entwickeln Sie in diesen vier Bereichen die richtigen Fähigkeiten. Welche Leute, Kompetenzen, Organisationen, Prozesse brauchen Sie dafür? Und ganz wichtig, wo finden Sie die überhaupt im Markt? Und eine Frage quasi zum Schluss. Sie haben als internationale, große internationale Beratungsgesellschaft, haben Sie ja auch die globale Perspektive. Würden Sie sagen, da Sie diesen Vergleich sehen, was an Aktivitäten in anderen Ländern entfaltet wird, dass ja doch diese sehr spezifische, auf Familienunternehmen und Mittelstand fokussierte Wirtschaftsstruktur bei uns, also dass diese Unternehmen in der Lage sein werden, diese Herausforderungen zu stemmen. Also werden wir in Zukunft gut dastehen? Ich glaube auf jeden Fall ja. Und würde da auch sagen, anfangs hatte ich gesagt, mehr Mut zu machen Familienunternehmer. Hier würde ich gerne sagen, Bange machen gilt nicht. Denn wir müssen es schaffen, die Stärken, die wir in Deutschland haben, zu verbinden mit der Aufholjagd im digitalen Bereich. Was meine ich damit? Auf der unternehmerischen Ebene sind, ich habe anfangs die Zeilen genannt, wir vielleicht noch etwas hinten gegenüber amerikanischen Unternehmen oder andere. Wenn wir es schaffen, die Herausforderungen, die ich genannt habe, auf Augenhöhe zu bewerkstelligen, haben die deutschen Unternehmen einen riesigen Vorteil. Familienunternehmen zeichnen sich dadurch aus, das sagt ja das Wort, Einbindung der Familie in die unternehmerische Führung. Wenn Sie das gut managen, ist das eine Chance, der innere familiäre Zusammenhalt. Wenn Sie es nicht gut managen, gefährden Sie damit die Zukunft des gesamten Unternehmens. Wir in Deutschland mit einer jahrhundertealten Familienunternehmens-Tradition haben Erfahrung, wie Sie potenzielle familiäre Konflikte managen können. Andere Unternehmen, in Asien insbesondere, Lateinamerika, die jetzt aufstreben, die kommen erst in die zweite Generation oder die dritte. Denen fehlt die Erfahrung und die werden erst mal sehen müssen, wie sie diese Konflikte dann überhaupt managen. Interessanter Aspekt. Noch eine Frage zum internationalen Vergleich. Es ist ja kein Zufall, dass die Amerikaner beispielsweise im Bereich der Digitalplattformen so weit vorne liegen, dass andere Länder, Israel zum Beispiel, im Bereich der digitalen Wirtschaft vorne liegen. Es wurden dort Programme entwickelt. Man hat das strategisch angegangen, hat Mittel bereitgestellt, hat Regulierungen gelockert. Würden Sie sagen, dass also wir in Deutschland auch da einen neuen Anlauf bräuchten von Seiten der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen? Und das ist nur eine Aufgabe, die die Unternehmen zu bewältigen haben? Nein, die Unternehmen, klar, haben die Aufgabe, selbst intern ihre Sachen zu managen, aber die Politik kann hier deutlich helfen. Und zwar auf zwei Ebenen. Das erste ist wieder die technologische Voraussetzung schaffen, insbesondere Breitbandausbau noch weiter zu verbessern, was auch viele Unternehmer fordern. Der zweite Punkt ist, ich sprach vorhin über Clusterbildung, Zusammenarbeit, Wettbewerb. Diese Clusterbildung wird teilweise in den Ländern, die Sie genannt haben, von der Politik deutlich strategischer gefördert. Wir in Deutschland von den politischen Rahmenbedingungen fördern häufig einzelne Forschungsprojekte. Das Wichtige ist aber überhaupt auch für die Unternehmen, dass sie einen Überblick haben, wer forscht woran und wie können wir die verschiedenen Programme verbinden. Und hier könnte die Politik durchaus einen anderen und, ich glaube, noch Erfolgversprecherinnen-Ansatz finden. Dann wollen wir mal sehen, ob wir das noch auf die Agenda 2017 bei der Politik bekommen. Ist ja viel los in diesem Jahr zum Thema Wahlen. Das ist das richtige Jahr. Ihnen, Herr Dr. Bartels, vielen Dank für Ihren Besuch, verehrte Zuschauer. Wir sind gleich wieder da im Studio mit dem nächsten Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.